Hallo jeder Xeber mit einem neuen kleinen Projekt namens Galigo. Ja, ich weiß auch nicht viel mehr, außer dass es irgendwie ein Traum ist oder irgendwie sowas ähnliches, was man durchstreift. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil es auch so ein bisschen psychischen Horror haben soll. Mal schauen. Bisher ist es eher so ein bisschen interessant und skurril, soll ich jetzt nicht sagen, aber schon etwas anders als das, was ich sonst so kenne. Ja, deswegen würde ich das gerne mal ausprobieren. Es soll auch nicht lange sein, nur ungefähr eine Stunde oder so. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ich habe schon mal getestet gehabt wegen Sound und so weiter. Ich glaube, das sollte jetzt soweit erstmal gut gehen. Hier war jetzt natürlich erst mal wieder ein erstes Chapter. Let's go! So, falls ihr euch wundert, wo die Glasequenz hin ist, die hast du natürlich rausgeschnitten. Das meine ich eigentlich immer so, damit das einen guten fließenden Ablauf hat. Ja, wir haben jetzt nicht großartig Möglichkeiten. Wir können uns ducken. Und denke ich auch ein bisschen hier mit Sachen interagieren, was auch immer das hier ist. Sieht schön aus. Hier bist du! Oh, bist du in Ordnung? ähm spiel passiert mal was ich glaube es ist gerade ein bug normalerweise müsste was passieren das heißt noch nicht was war ja ein Spider-Namen ähm okay mal gucken ob ich das nochmal neu entfachen kann so nochmal here you are are you settling in alright so auf ein neues here you are are you settling in alright so so ungeduldig wahrscheinlich gewesen ich ich schau mal vielleicht passiert jetzt was here you are are you settling in alright who are you what are you am I am I am I dead am I dead don't tell me you're surprised you're overreacting what what is this place and who are you again so many questions but I'm not the one to answer them I am to meet you and take you to the one who you should really ask so why don't we set out on our journey so jetzt hat es endlich mal funktioniert äh keine ahnung wieso aber es funktioniert immer nur dann wenn man zum ersten mal also wenn man ins spiel reingekommen ist und das direkt eingeschaltet hat also wenn man dann das dann nochmal macht wenn man ein spielverlauf abgebrochen hat dann macht das irgendwie nicht seltsam aber ok akzeptieren wir jetzt einfach mal dann zieht man das jetzt einfach hinterher weg durch ok ähm ja schöne bilder diese gegensätze sind cool also die labe und dann hier diese ex-werg dazu das das bist du keep it up one step at a time don't mind what you see here there's absolutely nothing to look at äh es ist alles ganz cool gemacht das einzige was mir so gerade auffällt ist dass so ähm die Stimmen nicht so sehr überzeugen also es ist jetzt nicht schlecht bitte nicht breit verstehen hübsch ähm aber Irgendwie fehlt danach so der richtige Enthusiasmus dazu. Ja, mit Kleinigkeit. Also das ist jetzt schon wirklich leckern auf höchstem Niveau, aber ja. Bin da ein bisschen penning, wie das was angeht. Und da haben wir auch den Turm, den man hoffentlich auch im eigenen Blick sieht. Ich habe manchmal Angst, dass da ein Papierkamera das wird. Ähm, mit mir geht es. Das ist eine neue Nummer, also real ist das. Das ist ja, es ist nicht mehr so gut, aber sonst ist es nicht mehr so gut. Da lassen wir schon wieder. Das ist was wir sagen. Das ist das Ort, das sieht so ausreichend aus, eh? Ich habe es nie gesehen. Ich habe schon gesehen, dass es etwas familiarer sind, würde es ziemlich weit entfernt. Hmm, egal. Du wirst bald wiederholfen. Komm in und geh upstairs. Was will ich dort finden? Diese Lichter wird dich nach Hause bringen. Es ist schwer zu erklären. Du wirst es wissen, wenn du da bist. Es ist nicht da. Was ich über diesen Ort gefällt, ist, dass es absolut kein Grund dafür gibt. Zeit bedeutet nichts hier. Danke für die Tipp. Du bist willkommen. Ich werde dich auf der anderen Seite warten. Okay. Ah, die Betonung ist ein bisschen ... ... über den Team perfekt angesetzt. Ah, mal schauen. Mal schauen, wie das wird. Okay. Wie weirrt. Dieses Ort scheint ... ... so familiar. Okay, wir werden normalerweise ein Bild gewesen. Aber das habe ich schon aufgenommen. Ähm ... Sorry dafür. Dieses Messer. Kann das nicht auch aufnehmen. Gut, ich weiß nicht für was ... ... soweit ich weiß, ist das ... ... hauptsächlich ein Walk-ins-Monator. Und ... ... wir schauen, ob wir hier irgendwas aufnehmen können. Aber bisher ... ... bis ... ... das habe ich ja auch schon in der Probe gehabt. Und dann habe ich das Problem gesehen. So. Das sieht es an, außer dieser Koffer. Und wenn, dann zeigt das uns an. Hauptmäßig. Was auch üblicherweise ... ... nicht stark aus ... ... ... direktes. Äh ... ... cool. Danke. Ich glaube, rennen kann man sowieso nicht. Das ist ziemlich ertragen. Gut. Ich werde jetzt nicht noch mal runterspringen. Kriegen wir wahrscheinlich noch mal runterspringen. Aber das lassen wir mal hier. Lieber sein. ... ... was kann man hier auch ... ... guck mal. Weiß man, man kann sich hier ducken. Nee, man kann hier .... Oh cool. Hm. ewiges Wasser. Okay, wir müssen wahrscheinlich springen, aber springen können wir übrigens nicht. Duppen kommen aus. So, jetzt kommen wir auch oben schon im Lichthaus an. Mhm. I think I'm beginning to understand. How many times have I seen you? Too many to count, right? Okay, mal schauen. Müsst ja nicht so weiter geht. 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 chance to live it has its own charm though that's for sure ah ja ich was sagen heute ich werde es hier auch nicht zu übersetzen weil das meiste ist eigentlich relativ selbst erklärend und man muss es keine riesige äh riesige englischkeiten zusammen das verstehen so bis hierhin und dann habe ich ein gut okay come on mama well you don't seem to be in a hurry it's good to see you again i bet you have a lot of questions you're the master i gather yeah you're absolutely right my memories about this place are starting to come back but these are just random pieces sensations even everything i see around myself should probably confuse me even the fact i'm hearing your voice but don't see you no not necessarily you've seen everything countless times and you've done everything you should good well almost everything but we'll talk about this later now you can ask your questions mmm questions i love them let's start with something simple who are you you call this a simple question well i can offer you several answers i am you i am your death i am your creator i am your creation choose whichever you like best they are all true hmm pfff what does that mean it doesn't make any sense if you expect me to look for a meaning when there's none or get it out of you word by word think again since it's you who wants something from me would you be so kind as to say what it is ah you are right of course i'd better tell you the whole story sorry i could not help it come closer to our throne i think it'll be best if we talk face to face so Da scheint nur eine Demo gesehen, gespielt Selbstrister nicht. Würde ich aber gerne mal machen. Das ist eine gute Idee. Zeig es sehr sparsig aus. Ein Körper, keine Namen, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung und keine Ahnung. Aber ein Tag, etwas passiert. Ich kann es nicht erklären. Vielleicht haben wir getrennt. Was wichtig ist, dass wir uns verletzt haben. Das ist wie du und ich... ...bekommen zu sein. Keep talking. Oh, ich bin glücklich zu hören, dass du intrigierst. Ja, wir sind absolut. Wir haben alle unsere eigenen Schwerpunkte und Schwerpunkte. Aber wir haben auch neue Möglichkeiten gefunden. In anderen Worten, wir haben ein paar Features gehört, nur zu uns. Ich habe geschafft, unsere erste Welt. Es war poor und wretched. Aber es war da. Du warst deine erste Leben in. Du hast sogar noch ein paar Building Blocks für es. Ich benutze diese Blocks für die erste Version. Ich verbessere es, machte es mehr Extensive und Diverse. Dieses Material ist dein Leben. Du hast jedes Sigh und jedes Impressions. Ich bekomme sie jedes Mal, wenn du hierher kommst. Das ist das, dass du fast nicht mehr erinnerst. Das war unser Verhältnis. Das war unser Verhältnis. Warte. Das war unser Verhältnis. 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 Die einzelnen Vorbilden. In den Momenten gibt es die Stabilität, dennächst, unsere Verhältnis ihres Verhältnis und verstehen. Wie wir ein Verhältnis haben, los könnten dich verhältnissen. Und bevor ich das 마지막 Mal davon The question thanks to which we are here today You must refresh these memories in your mind I think I have no choice Although I don't need it Tell me what I have to do There is a portal behind your back Enter it I'll be nearby You won't see me But you can hear me I'll help you Hmm Nothing is very trustworthy I mean Okay We have a complex thing Let's go I mean I mean I mean What is this place? Hmm Maybe you'll tell me It's your life after all I'm not sure I need to look around first Na ja Das sieht's Sehr natürlich hier aus Aber wahrscheinlich wird es sehr stark begrenzt sein Oder man packt einfach unsichtbare Wände irgendwo Alles klar Und man Hat mich schon gefreut Aber gut Das macht es nicht einfach da Wir laufen einfach unsere Wege Und dann Die werden wir schon alles richtig machen Gut Aber ich will meinen Dies Die Liste Dies war's Von der ersten Folge Ich hab's heute schon Bisschen Ja Von einer Tag Seh War Bis dann